Ja, 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 ja. Jetzt lass mich erst mal mit ihr reden. Schau mal, Anastasia Cheyenne. Wir sind deine Eltern. Wir lieben dich. Und wir wollen dir ganz sicher überhaupt nichts verbieten. Wir sagen nur, dass wir es etwas früh für dich finden, sich zu schminken. Typisch Kinder aus Freilandhaltung. Typisch Kinder aus Freilandhaltung.